Das Hinweis aus der Bevölkerung, du bist Eier, also bitte bleib bei den Hühnchen. Ist der weh rübergegeben? Ja, ist. Ist er sicher, dass er nicht nur ein feuchter Traum war? Nein, nein, ich hab einen Nägelchen gefangen. Mann! Was hast du denn da, Nobby? Ich hab, ich, ich muss, ich muss zur Grenze. Nicht schlecht, Kumpel. Du hast den Bruder an. Meiers Eier, unser Pulli. So eine Frechheit, das willst du wohl büßen müssen. Was ist Zuckerpuppe? Ich hab, ich, 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 Bis zum nächsten Mal.